Musik Moin aus Berlin, Sul Sul und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sims 4 hier auf meinem Kanal und wir gucken mal, wie es hier weitergeht Jo, eigentlich soweit Uman, alles gut Wo ist die Alex? Ich verwechsel die immer, oder? Das ist Alexa, genau Und wo ist die Alex? Alex ist Arbeiten, naja, gut Wir bräuchten hier definitiv mehr Platz, aber dafür ist das Grundstück zu klein Das Problem Na, zwickt sie im Rücken? So, so So, so Ähm, Marie Boah, die ist mit dir, Marie Marie, pass auf Marie, du machst jetzt erstmal Ach nee, du kannst kein Training machen, das ist ja unglaublich Teile plündern Dann kannst du den Müllhaufen auch wegwerfen Dann könntest du die Toilette verwenden Danach könntest du aufwischen Mann, musst du lange kacken, ey Hör mal, da kannst du den Knirps zudecken Warte mal, der ist ja zugedeckt Ja, Mensch Marie hat hier so viel Kohle reingebaut Das ist unglaublich Hans-Jemen-Bericht Essen Alter, das ist echt Guten Hunger Apropos, ich könnte, äh, wo ich das gerade so sehe Ich habe auch so einen Sandwich-Maker Ich könnte auch mal so einen Sieh mir mal Käse für besorgen Du hast Hunger, kleiner Mann Dann nimm dir eine Portion Hoppla Wie alt bist du eigentlich? Wann wächst du? 26 Tage Warum holst du dir jetzt nichts zu essen, du Kind? Oder hast du noch was im Inventar? Ah, na Mensch Und wann ist denn das? Ist das noch gut? Engelsgleich Und da manscht der mit dem Essen Mann, Mann, Mann Was? Gefühle erhalten Ja, hör mal Ihr seid verheiratet Das ist Aber da müssen wir mal wieder ein bisschen was dran machen Ihr Mensch Spannend, wie der aussieht, wenn er Größer ist Wo gehen wir hin, junger Mann Wir holen uns noch mehr zu essen Ah Beide gehen Tächtel-Mächteln Jena könnte Den Marvin anrufen Ja 11.45 Uhr Der müsste zu Hause sein Oh, die hat immer die gleichen Futen an Der kann sich ja mal ein bisschen sexy anziehen So Ja, diesen beiden sind auch Also hör mal Nur wilde Sachen hier, du Ach, guck mal Mama ist wieder zu Hause Was haben wir für eine Laune, junge Dame Achso, ne Däumchen wäre ein Träumchen Abo noch, bitte schöner Klickt auf die Glocke Dann erfahrt ihr, wenn es was Neues gibt Auf meinem Kanal Und selbstverständlich dürft ihr auch meinem Twitch-Kanal folgen Dann jedoch Stepboard Links dazu Und auch links zu anderen schönen Sachen Gibt es unten in der Videobeschreibung So, die ist gut drauf Dann machst du jetzt einen Ausdauerlauf Ist aus, als wenn du schwanger bist Ganz ehrlich, Marie Obwohl, das war schon schlimmer So, und du Könntest ja eigentlich einen Typen angeln Wie wär's mit dem hier Ordentlich vorstellen Wer ist der überhaupt Das ist ein Erwachsener Und sie ist auch eine Erwachsene Das klang ja sehr freundlich Zeig mal Muskeln Musst du mal wieder Ganz ehrlich Du hast wieder zugelegt Du musst wieder aufs Laufband Wir fragen direkt Ob der Single ist hier Hey Wie jetzt verheiratet Hallo Rufen wir jetzt erstmal an hier Arwenbach Gott, das kennen Leute So, den rufen wir an Der kommt vorbei Und dann wird aber hier Da wird der aber Vergeführt wird Ja, wird der aber So was von Verheiratet Ja, sehr schön Den kommt auch gleich vorbei So, pass auf Junge Dame Du gehst mal Ach, die hängen alle im Bad rum Pass auf Romantik Ja, flirten On take Ja, ihr Blick Alter Schwede Wir flirten Kleine Wiedergutmachung Mehr Auswahl Romantik Blöpferige Frage Können wir den nicht Können wir den nicht irgendwie verführen Hey Vermi Aldermalz Rubin Nikla Huh? Huh? Wadda Uh-huh Philan Uh-huh 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 Zambum Uh-huh Woymukbrashu Vadish Shishubi Reparieren Und Ausdauerlauf Come on Warum heult der jetzt über eine Person, die er gar nicht kennt, der also Bei Interessen reden Wer duckt denn so gut? Ah, ich glaube Okay Ja, ich glaube, wir kennen die Verursacherin Okay, die wird gleich erstmal duschen müssen, sonst gewinnt die keinen Blumenpott mehr Also wenn ich dieses Geräusch schon höre, ne? Mal so ein bisschen gefährlich Auf den Spann war seine Alten aus, ganz ehrlich Willst du es aber wissen, wa? So, pass auf Mit dem Abwechseln hat das keine Diesmal nehmen wir die Puppe weg Wir kennen das, ne? Letztes Mal mit den ausgerissenen Armen Lina nimmt die Puppe weg Bis die Mädchen versprechen Zu teilen Ein Mädchen schubst das andere Es ist deine Schuld Sie war von mir Bei der darauffolgenden Streit Reizt das größere Mädchen so fest an der Puppe Ach so, Kopf reißt so oder so ab Na dann Ist egal, was wir machen Es ist ja falsch Es ist egal, was wir tun Es ist falsch So, du brauchst noch eine Mütze Schlaf Hast du eigentlich noch einen Influencer-Job? Nein Wow Wow 30 Simoleons 50 Simoleons Aber du kannst noch mal Ein Training machen Lass das Waschbecken in Ruhe, Marie Aber liebe Freunde Wie es weiter geht Das sehen wir dann in der nächsten Folge Und bis dahin verabschiede ich mich von euch Und So, ich hoffe, wir sehen uns Und ciao, macht's gut Tschüssi Outro 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 Bis zum nächsten Mal.